hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen ründchen von mount your friends mit ingo viva und mit big mana hallo das ist ein kleines ja in die spiel sage ich jetzt einfach mal wo wir mit kleinen dicken wrestlern ein turm bilden müssen und ich glaube man muss einfach mal sehen wie das ist genau man also ihr werdet euch ja überraschen lassen also wir kennen es schon ein bisschen es macht spaß das ist was okay start warte mal normal start the match game starting please wait da können wir jetzt anfangen muss ich denke mal du bestimmt wieder weiß ich nicht bei mir startet es noch nicht warte bei mir auch noch nicht da geht es starting big mana press dings los wir spielen mit controller xbox controller übrigens genau und da ist mein wrestler und jetzt muss ich hier gucken wenn ich ab und zu mal zum controller gucke tut mir leid aber ich muss mich halt konzentrieren dass ich halt du was ist das so und x und x und a scheiße wie deine eier wackeln oder dein schwanz eher gesagt so und jetzt ist immer dran ja das sieht von komisch aus ne das auf jeden fall was hast du denn für eine nase da das ist schwierig weil man muss halt gucken hat sowas von octodent ein bisschen alter warum kann ich das denn nicht jetzt hin man hat eine minute zeit dann dranbleiben dranbleiben genau jetzt die geräusche a a a y y ich sehe es übrigens und das sieht irgendwie war genauso ich sehe immer w r ist d alter jetzt kommt man doch mal hier wie war spielt nämlich auch mit controller und und die eier die schaukeln da ist das berühmte schwächwort eier schaukeln ne oh big mana wins schon gewonnen scheiße ja okay warte da machen wir noch eine runde ja wir müssen jetzt warten 6 5 4 3 man kann auch gleichzeitig knöpfe drücken ne echt ja so aber du musst wieder beitreten ja hatte ich hoffe nicht dass euch lade ich ein warte wo ist ingo viva da so hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei mind your friends mit ingo viva und mit big mana so dann starting the game mal wieder ja mal wieder mal schauen jetzt will ich aber mal gewinnen ja das kommt auch immer darauf an vor ingo viva ich starte ingo viva startet jetzt diesmal dann mach mal schaukel mal schaukel mal nein nein alter ist auch hoch hochziehen die messer hat ist schön hoch gesetzt du kannst wie gesagt auch gleichzeitig drücken guck das schafft er noch bitten er versucht es ach scheiße man muss sich auch konzentrieren dabei weil sonst okay ich habe mir jetzt gerade keine gute position gemacht ne so wie ich da hänge da ne das doch kacke warte warte ingo viva macht das gut ingo viva macht das gut boah sehr schön das wird für dich jetzt schwierig weil du musst jetzt so ne ja ja äh b hallo was macht der denn ich kann nichts mehr machen du legst genauso scheiße auf die seite der kann nicht was soll das denn doch jetzt da jetzt komm ah so 38 sekunden hast du noch der chavi nicht mehr ah ah so an genau ne y hallo ah äh x 25 sekunden noch x mit a jetzt ran am kopf ja ja d und s und w loslassen genau wupp komm 14 13 äh ah jetzt komm x das schaffste wenn du es nur eine lass höher nur eine lass höher du bist eine höher eine höher ja nein rück doch ah nein geht doch scheiße sehr schön ah warte in appbox returning to lobby genau scheiße ey das gibt es doch nicht noch eine runde natürlich okay noch eine runde komm wir machen jetzt am stück hier weil das ist ja schon kurz ein bisschen ne was wir wie das ist das stimmt scheiße ey das war knapp okay warte y nein warum das ist so cool ach nein ich glaube der der anfängt der hat immer eine bessere startposition als ähm alter man drückt mal die falsche knüpfe ja schön und äh b na warte y du bist doch schon mit einer hand drüber jetzt komm alter sieben sechs fünf vier drei zwei ein noch geschafft der jung noch geschafft ähm b b a d äh y was das b alter gut wenn man controller richtig gut kennt mit den ganzen tasten ich muss auch manchmal drauf drücken äh warte mal ähm a loslassen genau jetzt s ja du kannst mir nicht s sagen ich hab keine tastatur ach so stimmt ein dreißig sekunden noch äh nein ja komm hier ach scheiße ist das doch äh ich komm da nicht hoch äh ach fuck alles alles jetzt okay jetzt vielleicht ist das mit tastatur sogar ein bisschen einfacher na b b b b b b uuuhh Warte mal. Los, hoch. Zieh dich hoch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scheiße. Unentschieden. Noch einmal. Warte, gleich. Genau, weil man darf da nicht rausgehen, hab ich gemerkt. Ach, schön. Jetzt machen wir mal ein anderes Level. Mal gucken. Ist dir aufgefallen, das Bewegen, ist halt so ein Klatschen von den Eiern. Echt? Ich glaube schon. Jetzt sind es so Hindernisse im Weg. Was ist Nummer A? Das ist A, das ist B. Ach so, ein Schwein. Boah. Aber warum ist die Messlatte nicht hoch? Wieso kann ich denn hier nicht, äh... Jetzt. Ich kann nicht aktivieren. Stopp, jetzt. So. Och du Scheiße. Okay. Ja, aber ich hab mir selbst jetzt ein hohes Grab da geschaufelt, weil ich selbst zu mir gebeugt bin, so ein bisschen. Elvis Rieke heißt du jetzt gerade. Steht der Name? Äh, Y. Das sieht so komisch aus. Ey, jetzt. Reach the top. Boah, geht doch. A. Ach, schön. Ja, das ist kompliziert, ne? Also man muss schon sich konzentrieren, sag ich mal. Na gut, äh... Den Menschen... Och, nee, komm. Nein. B. Alter Vater, ist das so... Mach dich dran. A. Oh. Bin ich doch. Ja, das war ganz komisch. Okay. X. Da. Da war's doch gerade. Hier, warte. Ja. Scheiße. Uh. Du machst dir aber selber Erbs in den Arsch ficken, ne? Ja. Hast du mal aufgefallen? Wie willst du jetzt da rumkommen? Um deinen Typen. Oh, er schafft es doch. Alter. Ähm. Jetzt musst du A. Wir sind Affe. Nein, das gibt's nicht. Warte mal, was muss ich denn jetzt loslassen? Du bist voll in der Klemme. Oder er schafft es doch noch, wetten? Nein, bitte nicht. Nein! Oh, nein, 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 nein. Das gibt's nicht. Du bist doch so ein... Ja! Haha, ist das cool. Das macht voll spannend, ey. Wie gesagt, bei Steam 4,99 Euro kann man sich mal geben. Cool. Boah. Und die entspannte Musik dahinter, die macht einen auch noch so schlimm damit. Nein. Ah, ist was cool, ey. Alter, geh doch dran! Geh doch. Ah, nein, ah, 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 ist da unten. Oh, der schafft's. Warte! Der schafft's. Du hast noch, oh, du hast noch massig Zeit, jung. Noch massig Zeit. Nein, du Weidi, geht auch irgendwann zu Ende, ne? Oh! Warte, 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 ich hab noch 10 Sekunden. Ja! Scheiße. Geht doch! Alter, Vater, 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 Vater. Huh! Das schaffst du nicht. Ne, ich glaube, ich war jetzt zu... zu lahmarschig. Du musst wieder mit A loslassen. Ah, wechselst du mit der einen Taste. äh, Y und... Und... Nein! Das schafft er noch, das schafft er noch. X, A... Aufsicht, das macht er noch. Äh, B... Komm, jetzt fällt man denn so langsam runter. Äh, äh... B und Y... Epsilon. Fuck off! Fuck off! Fuck off! X... Ah! Willst du mich verarschen? Ich konnte es doch grad machen! Weiß ich doch nicht! Äh, ich kann es nicht machen! Sechs, fünf, vier, drei, ja! Hä? Du hast doch noch... Ich hab's doch noch geschafft. Ich konnte es nicht machen, das wird... Oder wird es nicht angezeigt? Was hast du denn da jetzt für einer mit... So... Ne... Weiß ich nicht. Wuuuup! Bumm! Äh... Ah, das ist gut. Das ist gut. Ha! Ha! Ja, oh, da hat er sich verknotet, aber egal. Ja, nein! Nein! Alter! Ah! Das gibt's doch nicht! 18 Sekunden, warum geht die bei mir in der Zeit so schnell rum? Bei mir geht die auch rum! Komm! Das schafft der! Das schafft der noch, scheiße! 10! 9! Oh, das schafft der noch! 7, 6, 5, 5, 4, 3... Ah! Scheiße! Das gibt's nicht! Ja! Ach, nee! Komm, geht die Zeit so schnell rum! Äh, das gibt's doch nicht! Warum bist du denn so schnell? Weiß ich nicht, ich kann's halt. Äh, A... B... Komm! Nein! Nein! Ah, ja genau! Nein! Ah! Geht doch! Ich hab da drauf gewartet! Ich hab da drauf gewartet! X! Also sowas von geil! 30 Sekunden noch! Das gibt's nicht! Das macht der noch! Hahaha! Ja! Haha! Ist das geil! Hahaha! Ach, schön, ey! Ich hab's noch gemacht, ey! Ach, nee! Aber irgendwann schnell, der ist schneller immer auf der Ziege! Und der... Oh, du hast jetzt aber... Oh, du hast jetzt... Du hast jetzt aber grad einen Lauf, du! Oh Gott, das schafft der noch! Äh, B, 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 B... Das schafft der noch! Ach, schau, ey! Hahaha! Das gibt's nicht! Oh, du hast doch! Oh, das gibt's nicht! Das schafft der noch! Komm! Zieh dich doch hoch! Ach! Warte! Gibst du dich mit einer Hand zufrieden? Das schafft der noch! Das gibt's nicht, ey! Komm hoch! Ach, nee! Äh... Nein! Und? Nein! Das schafft der noch! Mach! Drück doch den Scheiß! Zwei, eins! Hä? Ja! Ja! Scheiße! Oh! Ist das Spiel bei dir auch im Hauptmenü? Äh... Nee! Aber ich würd' sagen, äh... Dankeschön fürs Zuschauen für die ersten Runden von, ähm... Äh... Wie heißt das immer? Mount your friends! Mount your friends, genau! Mit Ingo Viva! Spots-like experience! Ja! Mit Ingo Viva! Und mit BigManner! Bis dann! Tschüss! Tschüss!